Lorraine hat auch 2,30 PIN 6.1 geht auch, dauert halt ein bisschen, aber theoretisch kannst du mit der 6.1 auch ganz klasse Credits fahren. Da ist es wieder das 10er Game. Oh, ich würde mir eine TD oder eine Rain oder so legen. Eine Scorpion G oder eine Su. Scorpion G oder eine Su. Scorpion G ist ein klasse Credit Grinder. Man darf halt nicht zu viel APCR ballern. Das verlockt manchmal zu sehr. Aber im Prinzip, wenn du da 4 Schüsse mit einem Scorpion G reinbringst und die PINs hast du schon deine 100.000 voll. So, ich glaube das Lied ist oben. Nein, Vinylie? Vinylie? Jetzt werden wir jetzt gleich sehen, was hier für Affen rumfahren. Das ist wieder ein 10er Game, wo ich dann nichts machen kann. Da war Duff of Recursen. Klasse. Hier will ich mal keinen Schuss fangen. Alter, wie kann ich denn an dem bouncing an der Seite? Kann mir das jemand erklären? Das war der einfachste verschissene Schuss ever. Der schaut gar nicht hier, der da. Komm, wir fahren nochmal raus. Gibt dir gleich die Gun kaputt. Wir müssen reinfahren. Nein, da müssen wir reinfahren. Nein. Wieder hinter mir. Ist es denn so schwer, nicht hinter mir zu fahren? Da hat er eine Doppellanze rausgehauen. Mann. Schuss da aus mit diesem Arschloch. Sieh doch, dass ich da heime. Immer nach Volunteern schau. Musik. Das schmeckt. Ja, es gibt trackt. Ich habe so viel track assist. Trashed ihn. Es hat sich gelohnt hinzutracken. Da kann mal einer sagen, ich spiele nicht aggressiv oder so. Ich snipe immer. Wenn es sich anbietet, dann spiele ich auch aggressiv. Auch ein 10er-Game. Jetzt sind wir die Tore. Der wurde aber auch oft geblindet. Eine Scheiß-Crew hat er auch noch. Ey, ich outspotte einen TBP. Ein 10er. Bounce. Nein. Ja, moin. Get off my way. Grüß dich. Und was würdet ihr sagen? Ich stimmele nur an der Red Line? Oder was würdet ihr dazu sagen? Also mehr ins Gesicht, glaube ich, diesen Panzer geht, glaube ich, gar nicht. Er geht gar nicht. Ja, der nimmt mich jetzt. Er schießt daneben. Voll der Red Liner, oder? 4000 Damage, 2800 Track. Gegen 10er gepusht. Klar wird er den One-Shot noch. Das ist das Gute. Geiert jetzt auf mich. 5k Damage in einem Scheiß-10er-Game. Ich glaube, aggressiverer Push geht, glaube ich, kaum. Ed Silence. 10er pro Ghetto gut. 10 out of 10. Mega guter Panzer. Mega gut. Der ist richtig geil. Was soll ich checken hier für einen Track? Jetzt noch mehr? Ja, geht mal her. Ah ja. Jo, well, boy. Before the Sunrise. Hau ich rein. Sowas taugt mir gerade zum 3 Marken. Aber das, was da hier jetzt gerade läuft, das sieht das auch in Ordnung. So, jetzt machen wir mal erstmal das hier. Ich mag es halt nicht, wenn es zu langweilig ist. Das war ein gutes Game. Also wenn es zu monoton ist, der Soundtrack. Jo, 4900 und 2800 mit Kette. Ketten schaden, größtenteils. 1600 XP, das bringt einen guten Boost voran. 240.000. 330.000 brutto. Das kommt erstmal auf meinen YouTube-Kanal.